Guck mal, hier vorne sind überall diese Sizilienbäume und Palmen und sowas. Die sehen auf jeden Fall anders aus als wie bei uns. Das sind alles Sizilienbäume. Und hier vorne ist ein Vollfettbrunn. Das ist ein richtiger, verfettigter Sizilienbrunn. Und so sieht Hädchenfleisch in Farbe statt in Sizilien aus. Die sich hier um dieses Essen hier vorne streiten. Das hier vorne, das ist der Mittelmeer. Wir sind so richtig umschlungen von diesem Mittelmeer. Das geht direkt über die ganze Insel dieser Mittelmeer hier. Ich habe euch Mittelmeer gezeigt. Ich musste eben gerade scheißen gehen. Und da hinten, da bin ich da reingegangen in dieses Lokal. Und genau, ich habe da die Toilette zugeschissen. Und die Toilette, die war recht sauber gewesen. Und diese Toilette hatte sogar eine Brille drauf gehabt. Das war richtig geil. Das hat nicht jede Toilette von hier. Hier gibt es ganz viele Toiletten ohne Brillen und so. Das ist voll scheiße und die sind alle so vollgepisst und so. Die sind voll widerlich, die Toiletten hier. Aber die, wo ich gerade drauf war, das war gut. Die war in Ordnung. Aber die Tür konnte man nicht zuschließen. Nee? Nee. Hast du zugehalten? Ja. Nee, nee, nee. Weil der Raum zu groß war, kam ich an die Tür nicht ran. Das heißt, jederzeit könnte jemand reingehen und mich beobachten.